hallo youtube so sieht es aus ein tütchen nummer 11 ja wir machen wir schlagen mal hier unseren unser heftchen auf da muss man hin und dann muss man jetzt holen ich wundere ich mich überhaupt jetzt schon wieder geguckt den ganzen tag seitdem er aus der schule hat er schon wieder geguckt auf zu zählen ja ja habe ich doch ein lieben jung und verrückten so ich sag ja der hat wieder den ganzen tag geguckt nein so das immer wieder mal auf hier unser tüchen 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 und das geht aber heute einfach auf wir müssen wieder was abkneifen das ist kein spielzeug denkt dran ich sag es immer wieder das immer wieder aber also punkt 1 ja wenn ich den papageien möchte dann gehe ich ihm zu dann gehe ich ihm zu so ja du bist genauso frech wie deine mutter du bist so frech wie deine mutter ich ich bin frech wie meine mutter 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 Das ganze Jahr über. Oder nicht? Und wenn du mir die jetzt weiter rausschnecht, dann schneide ich die gleich ab. Schnipp, schnapp, ab. Fertig. Du bleibst du mir aus meinem Gesicht, mein Freund. So, können wir jetzt weitermachen hier mit unserem Traktor? Ja. So, was haben wir denn hier? Schönes, wir blenden euch mal in die Kamera ein. Also, wir haben die Felge, die Bremse und die Reifen. So, wir brauchen noch Sag mal. War irgendwann heute in deinem Trinken drin? In deinem Trinken. In meinem war nichts, aber in deinem anscheinend. Meinen war nichts. So, komm her. Einmal da oben müssen wir hängen. Nein, äh... So, und dann... ...da. Ne, jetzt muss man... Halt, okay, du hältst die... Ne! So. Jetzt. Super. Äh, 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 stopp! Jetzt. So. Super. Die Teile braucht ihr nicht? Genau, die können wir jetzt weg tun. Das Teile auch weg. Genau, so, dann haben wir das Innen-Teil einmal und hier das Außenteil einmal, super. So, dann stecken wir jetzt mal, jetzt holen wir uns mal hier unsere Achse, die Hinterachse. So, irgendwie so wird das nachher dran gemacht, so, ich glaube so, so, ja, genau, aber, was ist das Reifen, oh, Papa hat das Reifenprofil falsch drauf gemacht, so rum drauf, so, so rum muss es, ne, so rum machen wir es dann auch dran. So, dann kommt der jetzt dahin, zack, haben wir den schon mal, nehmen den jetzt mal weg, den nehmen wir an der Seite, so, jetzt müssen wir mal gucken, dass was auch richtig machen, ne? Das ist doch, die das richtig machen. Und dann hat schon nach Frechdachs. Da ist schon nach Frechdachs. Ne, du. Ne, du. Ne, du. Weißt du, was heute ein Arbeitskollege zu mir gesagt hat? Was denn? Bei den ganzen Videos? Mhm. Der könnte das nicht. Warum? diesen kleinen Fimmelkram hier reindrücken. Ey. Hier bleiben. So. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal, ob das hier auch richtig ist. Guck mal. Ach, hier. Ja. Okay. So. Wo ist denn jetzt? Da ist die Kappe. Ich fass es nicht. Ehrlich. Nächstes Jahr mache ich das wieder alleine. Warum? Weil du frech bist. Oh, Limmel. Hörst du auf? Hör jetzt auf, bitte. Guck mal, mein Papa muss das jetzt hier so draufstecken. So. Jetzt schnappen wir uns das Teilchen hier. Und dann gucken wir mal, ob das hier so schon... Hä? Wie soll das denn... Ach so. Ha! So, jetzt hör mal auf, bitte, zu wackeln, mein Hase. Weil jetzt wird es interessant. Warum? Weil wir jetzt... Guck mal. Guck mal hier. Siehst du die beiden Löcher da? Ja. Da und da sind Löcher. Siehst du wohl. Ich zeig sie euch mal. Und zwar, hier in der Mitte. Hier in der Mitte. Da rechts und links sind zwei Löcher. Und da, die müssen wir jetzt da draufstecken. Hier. An der Seite. Da. Und unten. So. Das wird jetzt... Etwas... Fummelig. Jetzt gib... Ach. Gib mir mal den Arm hier rüber. Ah. Arm. Und so soll es lieb sein. Und jetzt kommt der Nikolaus, der Weihnachtsmann nicht. Warum? Weil ich den dann abbestell. Dann sag ich dem, der Luca war nicht lieb. Das ist eh nicht. So. Ah. Guck mal. Ich den. Das ist das. Okay. Was denn? Ja. Hier vorne haben wir dann noch unsere Trittstufen. Das. Habe ich doch gesagt. Hör mal bitte auf. Kriege ich die nämlich nicht rein. Was denn? Du hast rausgerutscht. Du hast gewackelt. Nein. Doch, hast du. Nicht wackeln. Ich will doch nicht. Hä? Warum wird er denn da jetzt nicht rein? Nein. Der will mich doch hier veräppeln. Ja. Gibt es nicht. Kannst du mal aufhören Grimm? Der Video ist doch kein Grimassenvideo. Oder? Sag mal. Soll ich der Mama sagen, die soll mir die Telefonnummer vom Weihnachtsmann geben? Nein. Dann rufe ich da an und dann sage ich, der braucht nicht kommen. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es drauf. So. So. Da steht er. Unser kleiner Diesel. Ja. Unser kleiner Porsche Diesel 108. Da ist er. So. Der soll fahren. Ne, der soll nicht fahren. Hm? Das ist ja ein Modell. Damit spielt man nicht. Ne? So. So. Ja, meine Lieben. Das war es schon wieder. Aber ein Daumen nach oben. Noch nicht. Ein Daumen nach oben. Abonnieren und tütti 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 tütti. Tütti 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 t Ciao!